Mein Name ist Marcel Andre, ich habe Sportwissenschaften studiert, bin Performance Spezialist bei EXOS, Personal Trainer und betreue wahnsinnig viele Kunden im Privatbereich als auch im Leistungssport. Mein persönliches Ziel ist, dass ich meinen Beruf, der einfach wirklich mit meinem Körper zusammenhängt, noch sehr 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 lange ausführen kann. Deswegen muss ich extrem auch darauf achten, was führe ich meinem Körper zu, wie gehe ich mit meinem Körper um, denn das ist tatsächlich mein Kapital. Keapur macht für mich aus, dass es sehr 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 rein ist, mit dem höchsten Reinheitsgrad, den ich kenne, dass es in Deutschland produziert ist, dass ich in der glücklichen Lage bin, sogar das Werk zu kennen und ich es guten Gewissens jedem meiner Athleten auch empfehlen kann, weil es einfach komplett frei von irgendwelchen Nebenprodukten ist. Für mich ist es wichtig, dass es rein ist, dass es ein Monohydrat ist und dass es für mich sehr leicht auch zu supplementieren, das einzunehmen ist, beim Sport, beim Outdoorsport, aber eben auch mit dem Pulver, dass ich mir meine Shakes, meine Smoothies entsprechend herrichten kann. Für mich ist Sport meine größte Leidenschaft. Ich habe in fünf Jahren ganz klassisch zum Fußballspielen angefangen, mit meinem Bruder dann gleich mit in den Sportvereinen, habe Fußball begonnen, habe dann gewechselt zur American Football und zur Leichtathletik im 100 Meter Sprint und daraufhin dann auch meine Passion zum Beruf gemacht und bin in der glücklichen Lage, dass ich jetzt Beruf, Berufung und Leidenschaft vereinen kann.